So, da sind wir wieder, wie versprochen, zurück zu God of War. Und ja, wir haben eine neue Fähigkeit und die werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Jetzt ist hier so ein lustiger Knirsch, der uns, der unser Dings hier hält. Ist ja cool, der macht ja sogar Bewegung, als wenn er erschöpft wäre. Übrigens, falls es jemanden interessiert, hier das R1, was hier jetzt nicht mehr angezeigt wird, da lag ein Artefakt, ein Meißel. Was für nach dem Spiel gedacht ist. Vor dem Spiel, nach dem Spiel. Ach, immer wieder falle ich drauf ein. So, jetzt machen wir schnell die Zauber fertig. Und sobald wir die haben, tun wir als nächstes die Klinge. Wir brauchen jetzt noch 2x5.000 für die Wiederherstellung, für das Wiederherstellungsding. Und für das Wiederherstellungsding. Und für den, sag mal, für das Doppelt, also hier, dass man zu zweit ist im Gang. Ach, hier das Artefakt, was wir gerade gekriegt haben. Lasst mich in Ruhe, ihr Penner. Oh, das ist übrigens... Oh, der kämpft... Ja, geil. Das habe ich vorher noch nicht gehört. Der kämpft ja eine ganze Weile mit. Ach, die haben den das letzte Mal einfach nur umgebracht. Das habe ich vorher noch nicht gehört. da Der geneigte Beobachter hat gesehen, dass dort noch ein paar Kisten versteckt sind. Aber da kommen wir erst gleich ran. Noch mal kurz gucken. Ja, die Aufnahme läuft. Wir nehmen uns hier mal schnell das Mana mit. Das kann ja erstmal nicht schaden. Und zu. Das hat er schon... dafür hat er schon Sorge getragen, indem er uns das gegeben hat. Ich frage mich nur, ob die drei Kisten, die man hier sieht, dass die sind, wo wir vorhin nicht rangekommen sind. Das könnte die Rückseite davon sein. Ich glaube, das sind die. Wenn man so guckt... ja doch, das könnte durchaus sein. Ja, da oben sind wir langklicken. Gut. So. Oh, andersrum. So. Übrigens bin ich hier drei, viermal gestorben, weil man die... Weil ich dachte, man kann die, ähm... Nanu. Man kann die Entfernung auch so überwinden. Hier, auch das sieht aus, als wenn Kratos es schaffen kann. Aber da haben die Programmierer was gehen gehabt. Ich kann die nicht wegmachen, solange wie man... wie ich da dran hänge. Hallo, ich hab doch vier gedrückt. Wo sind wir denn hier? Aha. Diesen Ort kennen wir. So. Jetzt gamme euch meine... Dasführer ist nicht. Ich schrächte n promptly. Na komm schon. Ach, weißt du was? Da gibt es ja Magie, also setzen wir die nochmal ein. Boah, jetzt die Lasten. So, immer bitte. So, da kommen wir. Tada. So, da kommen wir. Äh, das wollte ich zwar irgendwie nicht. Na, was ist denn jetzt? Sag nicht, ich muss nochmal neu starten. Aha, jetzt. Irgendwie hat das Spiel jetzt gerade ein Problem. Hm. Ja. Ich werde mal schnell vom neuen Kontrollpunkt aus starten. So, und nochmal das Ganze. So, na, öh. So, na, öh. Hm, zu viel wiederhergestellt. So, na, öh. So, na, öh. Ach, jetzt muss ich nochmal vom Kontrollsprung aus starten. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier 6.000 Punkte. So, Magie ist vollständig verbessert. Jetzt sparen wir erstmal 25.000 Punkte für die Kettenklingen. Beziehungsweise Chaos-Klingen. So, na also. So muss es sein. So, komischerweise, ich weiß nicht warum, sind die roten Kisten wieder ganz. Ich meine, das stört mich nur nicht unbedingt, aber... Auf, nach ganz oben. So, ich weiß nicht warum. 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 Aber ich schnacke nicht, warum ich so lesen.